Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Es ist jetzt ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und lustigerweise, genau zu meinem Geburtstag, also heute 4. Mai, muss ich wieder aufnehmen und hab auch Bock wieder aufzunehmen. Aber wir werden heute nicht viel machen, weil ich gleich auch wieder los muss. Und sofort ist der wieder da, natürlich. Wir werden aber, glaube ich, eher mehr Holz sammeln, planken. Und ich hoffe, Gullewalle, äh, Harrybert lässt uns hier auch... Okay, den haben wir geschafft. Schnell hier runter. Wir brauchen ja Holz. Es sei denn, ich irre mich gerade. Wir müssen aber auch Titanenbarn sammeln. Das weiß ich ja noch, dass wir Titanen brauchen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, wegen Holz. Ob das jetzt wirklich gebraucht wird. Weil es schon wirklich Ewigkeiten her ist. So. Dann hier nochmal. Ich hoffe, Harrybert lässt uns in Ruhe. Okay, den haben wir schon von weitem erwischt. Lustig. So. Kokosnüsse weg. Das kann weg. Das kann weg. Obwohl, Peinblätter hatten wir, glaube ich, schon... ...angefangen zu brauchen. Obwohl, die Kokosnüsse können wir auch eigentlich erstmal mitnehmen. Und... ...gönnen uns die jetzt mal auch. Okay. Hungeranzeige wollen wir auch noch voll haben. Ups. So. Und den hier schnell weg. So. So, wo ist noch was? Der Insel vielleicht. Komm. Hoch. Da hinten sehe ich noch welche. Ja. Hier sind zwei. Drei. Und ein Boing Boing. Ich nenne die jetzt Boing Boing. Weil ich... ...die Dinger hier... Also, ich bin ehrlich. Ich habe ein sehr, sehr altes Let's Play von Gronko Tobi angeguckt gehabt. So, einfach mal mittendrin irgendwo in der Folge. Und da haben die... ...diese Viecher da... ...Boing Boings genannt. Und ich fand das so lustig, dass ich die so beibehalten will. Deswegen heißen die ab jetzt Boing Boings für mich. So, da hinten haben wir noch ein paar. Wir könnten aber auch direkt hier. Okay, hier gibt es nichts dergleichen. Und gleich haben wir keine Axt mehr. Okay, jetzt haben wir keine Axt mehr. Ah, wir können auch einfach da durch. So. Vielleicht ist hier auch noch Schrott bei. Und hier ein Stein. Eine andere Art von Schrott. Den, den wir nicht brauchen. Ach, nee. Das wollte ich jetzt nicht ausgraben. Da ist noch ein Greck. Und hier haben wir noch. So, wo hatten wir geparkt gehabt? Da hinten, ne? Aber hier scheint jetzt kein Gulliver zu sein. Ähm, Autsch. Okay, hier haben wir was. Ah? Was kriegen wir? So, mal schauen. Irgendwo in die Richtung. Wahrscheinlich da oben. Nee, bleib bitte weg. Autsch. So, wo hatten wir jetzt gegraben? Hörst du mal auf? So. Ich hab keine Zeit für dich, Heribert. Aber ein bisschen Titan haben wir jetzt erst mal. So. Jetzt ist die Frage, wo lagern wir alles erst mal ein? Hier, falsch. Nope. Also erst mal eine neue Axt. Genau. Da brauchen wir wieder Seile. Wo hatten wir Seil? Hier Seil. Hier hatten wir Seil. So, das bittet dahin. So. Das den machen wir. Nee, hier ist... Hier müsste Rohmaterial... Also hier haben wir jetzt erst mal das ganze Holz dann getan. Ähm. Ja. Hier die Nägel. Glas haben wir wieder. So. Steine. Steine, Steine. Hier haben wir Schrott. Plastik haben wir wieder voll. Wo muss... Ich muss hier jetzt mal irgendwo zwischenlagern. Ähm. Nur wo? Das ist die Frage. Einen brauchen wir gar nicht. Den Rest können wir wegschmeißen eigentlich. Haben wir die Erde auch eingelagert? Nee, wir haben die Erde jetzt nicht eingelagert. Komm, wir packen das erst mal alles trotzdem einmal hier hin. Nee, den Stein können wir wegschmeißen. So. Müsste da wahrscheinlich irgendwo noch einer sein. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, Harrybert macht jetzt keine Jagd auf uns. Bisher noch nicht. So. Und da oben müssen wir auch nochmal hin. Und da ist wieder Boing Boing. Ach, da hinten waren die noch gefehlt hatten. So. Vom Hunger und Durst haben wir auch schon wieder. Jetzt nur noch Hunger. Ein bisschen. Egal, wir nehmen alles mit. So. Mal schauen. Ist hier was? Nee, hier ist nix. Nix dergleichen. Ja. 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 Aber ein Harrybert ist wahrscheinlich da oben. Zweiter. Dann mal überlegen. Wie kommen wir da nochmal hoch? So kommen wir auf jeden Fall nicht wieder hoch. Nein, das ist Harrybert. War es hier der Weg nach oben oder? Ja. Hier war er. und so und hier nochmal da haben wir ein bäumchen und noch eine kiste ja rote bären brauchen wir erstmal nicht dahinter sind noch einige bäume so hier rum waren jetzt keine dann dürften wir jetzt alle bäume abgeschlossen haben hier sonst gibt es nichts mehr nichts mehr zum ausgraben doch irgendwo ist hier noch was ja und noch mehr titanerzen ich glaube hier gibt es gar nichts mehr drei kisten haben wir jetzt ausgegraben insgesamt und zwei davon waren was wert auf jeden fall so was können wir wegschmeißen ich glaube das können wir weg und jetzt hat er mich erwischt okay wo ist jetzt mein schiff da hinten ist mein schiff ich hoffe heri werden kommen nicht mehr an uns ran so dann wird dann noch wegschmeißen okay den rest dafür können wir auch wegschmeißen und der beißt auch noch zu natürlich ähm genau hier und dann schnell jetzt nach oben ähm so hier ganz schnell dran vorbei oh da haben wir ein paar bäumchen übersehen aber egal wir haben jetzt erstmal genug oder komm wir nehmen die die zwei noch ganz schnell mit nur weil wir die übersehen haben drei da ist noch einer und wir stecken da eh fest also mal schauen wie wir da gleich wieder rauskommen so jetzt nochmal nach oben so irgendwie müssen wir jetzt drehen so wirklich raus kommen wir noch nicht aber okay wir können uns mittlerweile ein bisschen besser bewegen na noch ein bisschen komm 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 noch ein bisschen ah das dauert immer so aber jetzt müssten wir raus sein ja ja okay dann können wir uns jetzt erstmal um sortieren kümmern was wir hier haben für hier haben wir nichts so das nehmen wir erstmal wieder hier raus das nehmen wir hier raus also ja machen wir so das kommt hier raus mhm das kann schon mal wieder hier rein genau wie das was kommt denn noch hier ich glaub hier nichts mehr mhm so Fokusnüsse machen wir wieder voll okay den Rest können wir uns gönnen so das kommt hier raus und das den einen nehmen wir noch so was haben ne hier haben wir nichts mehr der kann hier rein und das Holz oh oh Kupfer haben wir kann das auch hier hin wir hatten doch hier Steine gehabt so sonst haben wir doch hier okay die müssen wir doch entsorgen rausnehmen So, das kann hier rein. Das kann da raus. Okay. Können wir mal den Rest wegschmeißen. Oder warte, wir hatten doch irgendwo... Wo war denn der noch mal? Für den ganzen Müll. Ah, der ist schon voll. Dann können wir wegschmeißen. So, dann kann das alles weg. Ah, ein kleines bisschen noch in die Richtung. Und wir kommen von der Insel weg. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem Material, was wir haben? Wir haben jetzt sehr viel Holz. Ähm, anerwartet genau. Wir wollten hier auch... Waren die Beete? Blumenbeete? Hier irgendwo, ja. Wiesen. Ah ja, Schmutz und Kunststoff. Ui, da waren ordentliche Ruckler mit bei. Kunststoff haben wir hier. Dann hätte ich jetzt die anderen da nicht wegschmeißen sollen. Und... Mutz. Warten wir das wieder hier hin. Und wir haben wieder drei. Drei für hier oben. So, dann. Okay. Jetzt brauchen wir wieder Wasser. Und was haben wir hier alles? Nee, hier war es nicht. Hier war das. So, dann können wir die hier wieder mitnehmen. Und die Samen da reinballern. Oh, die laufen fertig. So, Kunststoff können wir auch wieder hier hinzutun. Den einen brauchen wir nicht. Ach, warte, das... Äh... Wo haben wir das? Titanbarren. Und Kupfer und Metall. Können wir da vorne dann schon mal anfangen... Einzuschmelzen. Jo, der Wellenschlag ist heute extrem laut. Ich weiß jetzt nicht, warum das so laut ist, aber... Ist laut halt sonst. Finde ich. Meine Meinung. So, jetzt ist klar, was hatte ich hier eigentlich noch mal vorgehabt, weil es schon wirklich, wirklich lange her ist. So, Wasser ist auf jeden Fall fertig. So, können wir die schon mal gießen. Blanke rein. Benötigt Rohkost, haben wir aber keinen. Genau, wir wollten die schwarzen Bumen da mal reinballern. Ähm... So, und so. Und die weg. Jetzt ist die Frage, wie voll ist denn das hier? Ist noch ganz voll. So, wieder sechs Blätter. Ein Blätter. Die brauchen wir auch nicht. Rote Farbe. Immerhin schon mal eine. Warum noch ein bisschen? Ja, die werden auch definitiv nass. So, die anderen brauchen noch ein bisschen. Äh, hier geht's hoch. Wir hatten ja hier irgendwo noch. Schwarze Farbe definitiv. Wir können ja noch mehr Kisten bauen. Schrott, Seil und Scharnier. Hier hatten wir Schrott. Oh. Die können wir da inzwischen lagern. So, eins, zwei, drei. Können wir die hier mal können wir das hier mal ein bisschen erweitern. So. Dann packen wir Holz erstmal hier rein. Weil wir mehr als genug Holz haben. Ah, okay. Das ist jetzt schon ein paar Tieren. Ah. Interessant. Ah ja, hier ist auch nichts. Okay, dann haben wir aber zumindest ein paar Kisten mehr, die wir für irgendwas nutzen können. So, wie sieht's da hinten aus? So, dann können wir das auch mal umlagern. Aber ich würde sagen, da ich heute leider nicht viel Zeit habe und erst morgen am 5. Mai ordentlich wieder aufnehmen kann, würde ich die Folge jetzt schon mal beenden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020